Jo Leute, was geht? Willkommen zu Skull & Bones und endlich ist es soweit, ich darf mit euch über die Patch Notes reden von Skull & Bones Patch 1.3. Erstmal vielen, vielen Dank an Ubisoft für die Bereitstellung der Patch Notes. Die allermeisten wissen das ja schon, ich bin der Ubisoft Partner und habe deswegen die Möglichkeit gehabt, jetzt schon drei Tage vorher in die Patch Notes reinzuschauen und hier alles im Kurzformat für euch zusammenzufassen. Deswegen da nochmal Danke an Ubisoft und nochmal explizit, dass ich hier das von Ubisoft zur Verfügung gestellt bekommen habe. Aber ihr könnt die Patch Notes auch jetzt selber alle komplett euch anschauen und analysieren. Aber gehen wir mal rein. Das allererste vorab, was meiner Meinung nach nicht unbedingt positiv ist und ich glaube, das werden die allermeisten von euch auch sehen, ist, dass Season 1 um eine Woche verlängert wird. Das heißt, Season 1 wird nicht normal zwölf Wochen gehen, sondern 13 Wochen. Wir haben ja hier aktuell noch im Kaper Brief. Da könnt ihr ja genau sehen, wie lange die Season noch geht. Da steht jetzt was mit 70 Tagen und das wird um eine Woche erhöht. Finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Dann eine Sache, die sich glaube ich viele Leute freuen, ist, dass der Chat wieder funktionieren wird, wenn der Patch kommt. Patch kommt am Dienstag, also morgen für euch. Dienstagnacht um 3 Uhr wird der Patch aufgespielt. Das heißt, ab Dienstag, wenn ihr reingeht, ab morgen ist der Patch direkt da und dann könnt ihr endlich den Voice-Chat benutzen. Dann kann ich endlich Platy machen, weil das ist die letzte Trophäe, die mir noch fehlt und vielen von euch ja auch. Das heißt, ab Dienstag geht der Voice- und Text-Chat wieder. Und dann ein Riesenthema. Ich glaube, da müssen wir mal ein eigenständiges Video sogar theoretisch zu machen. Aber es wird Open-World PvP geben. Und zwar so PvP, dass ihr euch selber flaggen könnt und sagen könnt, ey, ich will PvP machen. Das Witzige ist auch, wenn ihr in einem Team seid und PvP macht, dann könnt ihr euch auf Friendly Fire selber treffen. Das ist sehr witzig. Und was krass ist, wenn ihr auf der Karte hier schaut, könnt ihr auch alle Leute sehen, die PvP aktiviert haben. Und PvP wird auch keinen Level-Unterschied haben. Das bedeutet, wir sind alle auf einem Level im PvP. Könnte ganz witzig sein, dann, wenn eine Beda gegen eine Brigantine kämpft. Wird witzig zu sein, wie das Ganze funktioniert. Aber ja, es wird keine Level geben im PvP-Combat in der Open-World. Dann blende ich hier mal eine kleine Übersicht ein. Da könnt ihr eigentlich selber ganz gut sehen, wann ihr PvP euch gegenseitig damagen könnt und wann ihr euch PvP gegenseitig reparieren könnt. Da werde ich jetzt nicht zu viel Zeit für verschwenden, aber da ist eigentlich ein ganz gutes Overview, was mir hier Ubisoft zur Verfügung gestellt hat. Und ja, was auch ganz cool ist, dass die Rockets, ihr kennt das, die Rockets, das Aiming jetzt verbessert wurde, dass ihr das besser sehen könnt. Ich habe leider kein Bild, da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Das werde ich mir am Dienstagmorgen dann direkt anschauen, inwieweit das verbessert wurde. Da bin ich sehr gespannt. Dann ist den allermeisten wahrscheinlich schon aufgefallen, dass wir, um auf Level 12 zu kommen, aktuell nicht so viele Builds spielen können. Deswegen werden ganz viele Waffen der Gearscore angehoben. Da werde ich euch einfach mal eine Liste hier einblenden. Das würde jetzt auch zu lange dauern, jetzt alle durchzugehen einzeln. Aber da werden einige Sachen angepasst, ein paar auch reduziert, aber im Großen und Ganzen wird der Gearscore da erhöht. Halsabschneider Mission, auch so ein Ding, wo viel geändert wird. Und zwar kann man jetzt dem Ganzen nur noch beitreten während der Vorbereitung, in diesem 5 Minuten Zeitfenster und nicht mehr später mit reinkommen. Außerdem, wenn du einmal da drin bist, kannst du nicht mehr Fast Travelen. Das heißt, sobald das gestartet ist, kannst du nicht mehr die Schnellreise machen. Bedeutet, alle können am Start bei der Karte starten. Und wer down ist und dann sich wiederbelebt hat, hat fast keine Chance mehr, die anderen Leute einzuholen. Deswegen muss da vielleicht ein kleines Umdenken stattfinden. Ich sag mal Schnau zum Beispiel, um auf jeden Fall zu überleben. Aber ja, das wird bei den Halsabschneidern dann nicht mehr möglich sein. Und auch ganz krass, sowohl bei der Halsabschneidermission als auch bei den Wetten wird es keinen Speed-Debuff mehr geben. Der wurde komplett weggenommen für die Leute, die dann halt die Karte oder die Achtermünchen tragen. Bei La Peste gibt es eine kleine Änderung. Da war ja bisher die Solo-Taktik, diese kleinen Schiffe in ihn reinzulocken und ihn damit zu killen. Die machen jetzt viel weniger Schaden bei ihm. Das ist ein bisschen schade. Bedeutet, Solo wird er auf jeden Fall jetzt nochmal in der Ecke schwieriger sein. Dann wurden die Manufakturzeiten mit Kapazität und Finanzierungszeiten geändert. Da werde ich euch hier auch einfach mal ein Bild einblenden. Tangiert mich jetzt nicht so sehr, weil ich eh alles auf 10 habe. Aber für alle Spieler, die jetzt so bei Level 4, 5, 6, weiß ich noch ganz genau, war das teilweise nervig. Gerade bei den kleinen Leveln musste man gefühlt alle 2 Stunden reingehen und neu finanzieren. Das wurde extrem angehoben und auch die Kapazität wurde extrem angehoben. Also wenn wir uns mal so Level 5, 6 angucken, so der Sweet Spot. 5 war glaube ich vorher 700 und 6 war 1400. Oder war 7400? Ist auch egal, auf jeden Fall wurde es krass angehoben und das finde ich sehr gut. Und gerade für alle Early-Game- und Mid-Game-Spieler ist das eine sehr gute Sache, die ich mir schon vor ein paar Wochen gewünscht hätte. Aber gut, ich komme dann in den Genuss in der nächsten Season. Außerdem bekommen wir endlich einen Button, womit wir alle Silbertruhen, überhaupt Truhen, auf einmal öffnen können. Das war auf jeden Fall überfällig. Außerdem können wir jetzt an Handelspunkten mit den Händlern direkt aus dem Lager verkaufen. Das war ja auch ganz wichtig. Ich erinnere mich da an einige Fälle. Ich habe zum Beispiel gerade 10.000 Jute. Wenn ich die einzeln verkaufen wollen würde, würde das Ewigkeiten dauern. Das heißt demnächst können wir einfach vom Lager aus verkaufen. Und ich sitze da hier gerade drüber, aber theoretisch könnte ich die 10.000 Jute dann demnächst auf einen Schlag verkaufen. Gerade auch für Skirlock und Rama eine sehr gute Änderung. Außerdem ganz viele Änderungen zum UI. Ich glaube, die wichtigste Änderung ist, die aufploppenden Events oben links sollen jetzt drastisch reduziert werden. Gerade wenn man in einem eigenen Menü ist, sollen die gar nicht mehr aufploppen, sondern dann auch verspätet. Und ja, da bin ich mal gespannt, inwieweit das sich geändert hat. Da habe ich jetzt auch noch nichts zu gesehen. Ich habe auch nur schriftlich, dass es geändert wurde. Inwieweit müssen wir dann sehen, wenn der Patch rauskommt. Änderungen zum Wind. Ich lese euch das einmal vor und dann können wir zusammen überlegen, was genau das bedeutet. Reduce the Wind Rotation Speed and Frequency. Bedeutet, die Rotation vom Wind wurde erstmal die Frequenz und die Geschwindigkeit reduziert. Wind now rotates by 15 degrees over 10 seconds at an interval of 180 Sekunden. Also der Wind rotiert 15 Grad über 10 Sekunden in einem Intervall von 180 Sekunden. Könnte also bedeuten, dass wir nicht mehr so ständig Gegenwind haben und mal den Wind ein wenig mehr planen können. Ich kann mir darunter nicht wirklich was untervorstellen. Das wird dann auch ganz doll am Dienstag getestet werden, ob sich da gefühlsmäßig was ändert. Und dann eine Sache, Leute, ihr wisst, wir sind gerade voll im Ostenfieber. Aber es wird der Loot von Osten erhöht. Das konnte ich jetzt die ganze Zeit nicht sagen. Wir haben die ganze Zeit Osten gemacht. Und die ganze Zeit hatte ich im Hinterkopf, okay, ab nächster Woche wird das Mega Fort Osten erhöht. Das Osten wird erhöht. Osten wird erhöht. Und jetzt machen wir die ganze Zeit Osten und kriegen weniger. Ab nächster Woche, also ab nächster Woche sage ich die ganze Zeit, weil ich das hier am Wochenende aufnehme. Aber ab Dienstag für euch morgen wird Osten mehr Loot geben. Und wir werden sofort im Stream am Dienstag Osten machen und dann gucken, was Osten an Loot gibt. Das waren alle Änderungen zu Quality of Life. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, aber das würde das Video sprengen. Wir sind jetzt schon fast bei 10 Minuten. Dann gab es eine richtig, richtig lange Liste an Fixes. Und da werde ich mal zwei, drei raussuchen, die für mich wichtig sind. Da haben wir eine Sache, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das das ist, was ich denke. Ich lese euch das einmal vor. Sind das diese umherstreifenden Schiffe, die wir aktuell für den Silbertrick nutzen, um ganz viele Wacholderbären und Tabakblätter und sowas zu bekommen? Wenn das die sind, dann wird das gefixt und die sollen dann nicht mehr so viele Materialien geben. Schade, falls es das ist. Fixed an issue where Helm Commodities were not correctly transferred when players attempted to transfer an amount of Helm Commodities that would exceed the inventory limit from the warehouse. Ihr kennt den Bug, wo euer komplettes, kompletter Gold nach oben oder eure kompletten Ruder Items verloren gehen, weil ihr versucht mehr ins Schiff zu laden, als ihr könnt. Und bup, sind alle weg. Das soll jetzt gefixt worden sein. Ich hoffe, der Bug wird dann in Zukunft nie wieder auftreten, weil das war wirklich sehr, sehr schlimm. Was ich leider nicht sehe, ist der Bug, dass wir die Manufaktur von Osten nicht einsammeln können. Das wisst ihr ja, schon seit langem kann man die Manufaktur hier nicht einsammeln. Das sehe ich hier im Overview allerdings nicht. Vielleicht wird es doch reingebracht, dass man es jetzt endlich einsammeln kann. Jetzt in den Fixes habe ich erstmal nichts davon gesehen. Im Großen und Ganzen war es das mit den Patch Notes. Wer die nachlesen will, sobald die online sind, werde ich euch die einmal hier unten reinpacken in die Videobeschreibung. Da könnt ihr dann nochmal selber nachlesen, welche Fixes reingekommen sind und was noch alles mit dazu gekommen ist. Ich bin jetzt hier in dem Video jetzt natürlich nicht alles durchgegangen, sondern nur die Highlights. Für mich die Highlights. Wenn ihr das Ganze mit bespielen wollt morgen, ich bin auf jeden Fall live und werde das Ganze ausprobieren. Checkt das auf jeden Fall ab und kommt da mit in den Stream. Ansonsten würde ich sagen, würde mich sehr beim Follow freuen. Sehr über ein Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.